Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ja, wir müssen jetzt dieser Spur weiter folgen. Das Tal der großen Schlacht. Ja, das hört sich schon sehr vielversprechend an. Obwohl das eine mega geile Brücke hier ist. Die Fußspuren sehen aber komisch aus. Die sind gar nicht richtig hier auf dem Boden. Die sind in der Luft. Okay. Und oh, hier brennt ein Baum. Mehrere Bäume brennen. Sie brennen doch immer noch. Was erzählt sie denn da? Wollen wir das wirklich wissen, ey? Ja. Oh. 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 Okay, die waren jetzt nicht wirklich schwer. Obwohl ich gedacht hatte, dass... Ich hoffe, es waren bildet hier. Suche mir, folge den Kampfspuren. Ja, den Kampfspuren könnt jetzt... Ah, hier, guck, ne, die kamen von hier. Okay, ich soll aber da weiter gucken. Äh, Eingeborene haben uns von einer richtigen Kreatur erzählt, die über die Höhen herrschte. Und die Statue, die wir gefunden haben, könnte eine Darstellung von ihr sein. Es ist eine große geflügelte Bestie, die wendig und flugfähig zu sein scheint. Aber ihr Körper sieht verletzlich und ungeschützt aus. Es muss natürlich sein, dass nur eine Darstellung und wir werden eine der Kreaturen leibhaftig sehen müssen, um diese Beobachtung zu bestätigen. Jetzt sind wir hier schon fast an einem Dorf. Ja, wir müssen hier, ähm... Sind die gefährlich? Ja. Nein, ich wollte gerade einen Angriff machen. Das war scheiße, aber sie haben zuerst angegriffen. Und hier war dieser Erdrutscher. Sie sind auf jeden Fall Steine runtergekommen. Diese Räume wurden verletziert, als ob sie einen Angriff genommen haben. Aber was könnte hier passieren? Ich weiß nicht, diese Leute. Es gibt noch mehr unbekannte Soldaten. Können Sie sich das verantwortlich für den Angriff? Dieser ist mit einem Angriff. Mal schauen. Das war ein Angriff. Sie sind vom Absatz der Verbände, runtergekommen. Der buscar im Angriff. Der Zuger kam von einem Angriff von einem Angriff von der Brege Alliance. Sogar das Stich ist in einem Weise zu beherentwickelt, das was nicht so wird. Das macht gar nicht so. Hier sind keine Ahnung. Aber die Vials nous lagen. Der Katersack war das andere, um ihn zu stocken. Er kamen hier. Weg hier. Ich werde... Ich kenne das, Sack. Es sind meine Schwestern. Oh, Konstantin. Was haben Sie sich wieder gemacht? Sehr gut. Wir machen uns ein paar Dinge. Konstantin und Katarczak kam hier sicher zu machen eine Art Ritual. Aber sie wurden attackiert. An attack, obviously, mit wilden Tiere. Und dann gibt es diese Tracung von Inexplicable Flames. Können Sie es magisch? Sie können nicht glauben, meine Leute sind hinter diesem attack. Sie haben weit entfernt. Niemand würde ihn attackieren, Katarczak. Unless... er selbst ist hinter es. Er ist ein Powerful Donegad. Die Beasts obey ihn. Wie können Sie sogar denken? Er ist ein Healer. Er bringt comfort zu Ihren Cousin. Vielleicht hat er nur das für unsere Vertrauen. Mit Konstantin in Captiv, er kann nun apply leverage to the Colonists und force them to accept his Conditions. Aber in all truth, ich habe keine Ahnung was zu denken. Ich denke, egal ob, wer ist guilty, ich muss finden meine Cousin. Vielleicht können wir nach Wenschevieh vielleicht nach Wenschevieh in order zu lernen mehr. Katarczak hat vielleicht zurückgekehrt. His Voglandeig kann uns wissen, wo wir ihn finden können. Wir werden auch noch und haben zu besuchen. Der Soldaten in den Kampf oder zumindest die Endeffekt. Sie müssen ein paar Geschichten erzählen uns. Ich warte, dass die Allianz entschieden, dass sie ihre Stell Untersuchungen der Allianz an. Hier komme ich gar nicht runter. Oh, heißt das jetzt wirklich, ich muss den ganzen Weg wieder zurücklatschen? Das ist ja übel. Okay, dann lass uns mal gucken eben auf die Karte. Da, ich möchte als erstes diesen Außenposten analysieren. Dann müsste ich hier hoch und dann nach links. Okay. Hoch und dann nach links. Wahrscheinlich auch noch weiter nach links. Denn von hier kamen die anderen ja auch. Das würde hier dann zusammen passen. So. Hier haben wir noch ein paar Viecher, die direkt auf Krawall aus sind. Oh. 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 So, hier ist der Außenposten gleich, aber guck mal, hier liegen überall Tote. Da ist noch ein Feuer, das ich anmachen kann. Das ist sehr gut. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, wer dafür verantwortlich ist, was passiert ist und vor allen Dingen, wo unser Vetter, also wo unser Cousin eigentlich ist. Da haben wir auch schon jemanden, mit dem wir reden können. Da bin ich die Höhne? De Sardé. Ich bin Legate von der Kongregation von Merchants auf dieser Island. Legate? Hier? Entschuldigung, aber wir haben nicht viele, äh, official sorten hier. Captain Idris, ich bin der Ranking-officer in charge von dieser Bridge-Alliance-Outpost. Was kann ich für dich, m'lady? Ich bin für Konstantin Dorsay, der Island-Gövernor von der Kongregation von Merchants. A Gouverneur? Hier? Was würde er in diesem Rathol tun? Mein Kousin war ein Teil von einer Expedition in dieser Region. Seine Mann und seine Kampen wurden attackiert. Sie nearly alle sterben. Aber wir haben keine Träße von seinem Körper, das hat uns hoffen, dass er noch sein kann, dass er noch sein wird. Wohnt, und behalten irgendwo, oder sogar... ...kaptiert. Hast du deine Sorgen in unsere Richtung? Ich hoffe, das ist ein Schreck. Wir hatten keine Reinforcements, noch Supplies für WEEKS. In meinem Buch, wir wurden völlig vergessen. Ich würde nicht riskieren, die wenige Leben in der Kampen zu attacken. Ich bin nicht verrückt. Ich bin wirklich sorry für Ihre Kousin, Excellency. Aber wir haben ihn nicht gesehen. Und wir haben definitiv nicht geholfen. Die Region ist gefährlich. Die Natives sind heartless. Du solltest in ihre Richtung schauen. Du wissen, dass wir die Böden von ein paar Menschen aus dem Garrison ab da sind, nicht? Wie können Sie sicher sein? Eine von ihnen war eine Karte. Sie sind von deinem Hand. Und sie sind tot. Ich hätte es geschafft, und dann würde sie wieder zurückkommen. Explain dir, Captain. Was waren deine Männer auf dem Klapp? Sie waren die Zonen. Sie waren zu warnen uns von irgendwelchen Bewegungen. Wir haben zu viele Männer verloren, um die Angelegenheit zu beurteilen. Wir haben entschieden, um die Initiative zu beurteilen und bereit zu sein. Gestern, wir hörten screams, und sahen einige strange Lichts dort. Aber ich dachte... Und du hast nicht gehen und sehen für dich selbst. Du hörst, sicherlich von deinen eigenen Männern. Und du hast nichts gemacht. So die letzten meiner Männer nicht für nichts geben? Du kannst mich als ein Coward denken, wenn du möchtest. Aber ich... Ich nehme keine mehr unnäßige Risiken. Warum habe ich das Gefühl, dass du etwas zurückgehst von mir? Darauf bestehen, ihm Gold anbieten, sprechen. Ich mach mal darauf bestehen. Ich verstehe, was du fühlst. Der Schmerz, dass deine Männer fallen, von einem nach dem anderen. Der Schmerz, dass ihr von deinen Liedern verabredet wird. Der Angst. Aber wenn du nichts wissen, sprechst. Mein Freund ist nicht einer von ihnen. Ich biete ihm jetzt Gold an. Ich verstehe, wie schwierig deine heutige Situation ist. Ich bin sicher, dass du nicht verabschiedet hast. Ich bin sicher, dass du nicht verabschiedet hast. Ich kann nicht alle deine Probleme lösen. Aber was würdest du sagen, wenn ich das auf jeden Fall took? Ein bisschen Gold würde sicherlich verbessern die Morale meiner Männern. Ich bin sicher, dass ich nicht mehr zurückkommt. Ein Mann, der ich dort dort verabschiede habe, hat er nach der Nacht zurückgekehrt. Ein Überlebiger? Excellent! Er hat dir gesagt, was passiert? Er hat nicht gesagt, was passiert. Er hat nicht gesagt, was ein Wort gesagt. Er hat zwei Schritte nach der Türke. Er hat sich mit ihm mit ihm. Aber es gibt keine Hoffnung, dass er wieder zurückkommt. zu ihm selbst. His wounds are extremely serious. He's just refusing to die. I'm sorry to hear that, Captain. Perhaps we could do something for him. Go and see the nurse. Perhaps you can do something to help the poor boy. I can't take it anymore. To lose another man. Anything else? I need to be going. I would very much like to do the same. Safe journey, your excellency. Huh. Hör dir den Bericht des überlebenden Soldaten an. Ach, guck mal, hier ist doch sogar ein Werktisch. Schön, 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 schön. Ich muss nach oben. Und dann hier rein. Was was you doing there? This is an infirmary. I know. I've come to see the wounded soldier. The captain told me you might need my help. That is very kind of him. But alas, it's a little late. What are you saying? Is the soldier... No. He still lives. But I've been asking the captain for weeks to escort me on a mission to replenish my stocks. I no longer have a single remedy. And now that we have a wounded patient, I can only wipe water on his brow and hope. Do you know what type of remedy would allow him to survive? Yes, at least I think so. It's a known potion that heals burns. I see. Give me the recipe. We'll go and see that it's prepared for you. Thank you. Because of you, this poor boy might be able to survive his wounds. Okay. Dann gehen wir mal eben schnell nach draußen und machen da den Trank. Ich dachte schon, sie kommt da gar nicht mehr hoch. Vielleicht habe ich ja schon alles passende dabei. Trank gegen Verbrennung war das, ne? Super. Konnte ich auch direkt herstellen. Oh, so la. Pfff. Na gut, die 23 Stunden, die werde ich jetzt irgendwo warten. Dahinten habe ich ja noch ein Lagerfeuer. Weil dafür jetzt rumreisen, das ist mir jetzt nah. Ich würde da hinten einfach ins Lagerfeuer gehen. Dahinten war gut. Wo ist denn das? Ah, da vorne. Nun werde ich einfach mal warten. Äh, schlafen. Und zwar... Was soll die Mittagszeit sein? Warte mal. Hä? Hä? Wie lange muss ich noch? Warte, da. Das muss ich markieren. Achso, ich kann jetzt schon wieder hin? Hä? Glaub ich nicht. Irgendwie habe ich... Acht Stunden. Steht doch noch da, dass ich... Wieso stand das denn da gerade nicht? Puh. Acht Stunden. Ja gut, es müssen ja nicht ungefähr acht Stunden sein. Ich schlafe jetzt nochmal 14 Stunden. Jetzt können wir da hin. Können den befragen. Sonst wäre das wieder nur so eine dämliche hin und her Reiserei gewesen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, hier zu bleiben. Ah, das Bord brauchen wir gar nicht gehen. Waren die schon vorher da, die Fässer? Oder hab ich die einfach nur nicht gesehen? Da bin ich mal gespannt, was der uns erzählt. Ich habe mir einfach vorbereitet. Ich habe nur die Potion, die sie hat mir gesagt. Ich habe mir noch mehr gemacht. Ich habe mir das gemacht. Ich habe mir gesagt, was passiert? Ich werde versuchen. Es sind nicht wirklich memoriesen ich vermute zurückgekommen. A lot of meine Freunde die da. Wir waren auf dem Peak. Es war ein paar Tage. Es hat sich ein paar Tage gedauert. Wir hörten die Fässer nicht weit von unserer Position. Die Leute waren schreitend. In unserer eigenen Sprache. So we went to see what was happening. Soldiers of the Coin Guard and an Islander were trying to protect a young man. He seemed dire ill. Konstantin Katersak and his escort. Who were they fighting against? Dozens of wild animals. They seemed completely enraged and intent on devouring them. And there were flames. Flames? Where were they coming from? I don't know. My friends and other soldiers fell one after the other. I didn't see everything. All was blood and confusion with beasts and fire. But I thought I saw another Islander. Big. He's the one who took the second man. There was practically no one left on the battlefield. I was wounded and I passed out. I came to when I heard voices of Islanders approaching. Rebels. I thought to myself, they're coming to finish off the wounded. I got up with difficulty and fled. I dragged myself here. And you know the rest. I'm going to have to go and find these rebels. You shouldn't do that. They killed all of my friends. You take a great risk. That's enough. Rest now. You're still far from having recovered. Yes. It's best I leave you now. I've learned enough. I'll have a word with your captain. Goodbye. Ach so. Ach, jetzt ist das weg. Ich hätte entweder die oder die befragen sollen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich könnte die und die befragen. Und du steckst schon wieder fest hier. Kann man ja nicht ertragen. Von mir behaupten. Den Hauptmann. Okay. Was mache ich? Excellency. I was told that you saved my soldier. Thank you. You can't imagine what this means to us. Please. I did nothing more than follow the instructions your nurse gave me. Did you learn what you needed to learn? Yes. I was able to question your man and he told me what he saw. He and his company heard sounds of the attack and they went to investigate. My cousin's escort were nearly annihilated by animals that jumped out from all sides. A strange sorcerer controlled them. It was he that took my cousin. One of those rebel savages, no doubt. I knew that they'd be behind all of this. They must have learned that an important man was in the region and thought he would make the perfect hostage. I'm sorry. I would give you some men, but... Don't apologize. I know where the camp can be found and if my cousin is there, I will free him. Like your freed the scholars. You're a good woman, Excellency. Thank you again for saving my soldier. I need to be going. I would very much like to do the same. Safe journey, your Excellency. Okay. Okay. Jetzt muss ich... Reisen. Das... Irgendwas mit... Das Tal der toten Männer oder befrage ich die toten Männer oder irgendwie sowas. Aber stand da gerade. Schade. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich jetzt anstatt zu der Allianz... Also zu diesen Außenposten ins Dorf gegangen wäre. Ich weiß nicht. Ach, mein Gott. Es irritiert mich, dass da manchmal nicht steht oder. Sondern immer nur und. Ich bin und befrage Zerra. Ja, das haben wir ja nicht mehr. Sprich mit Admiralin Cabral. Nein, brauche ich nicht. Ich finde einen Weg, um die Tür des Wurzeln zu öffnen. Hä? Achso, befrage Deren. Da. Ja, wir müssen ins Lager. Muss ich irgendeinmal kurz gucken, wie ich da runterkomme. Ich denke... Hier lang? Ah. Ah. Das war's. Es war... Ach, das war hier... Oh nein! Nein, das war hier oben. Uh, die sind uns... Ah, das war klar. Die sind uns doch nicht freundlich gesonnen. Ich werde zumindest nicht angegriffen. Das ist schon mal sehr positiv. Obwohl ich damit jetzt eigentlich eher gerechnet hätte. Da sind auf jeden Fall Leute im Gefängnis. Hallo. Rinaiksei. There you are again. What do you want? To speak to you about my cousin's capture and the massacre of his escort, a soldier from the nearby outpost survived and told us that you were present on the battlefield. You dare come here and accuse us of taking him. Let me throw him out this Rinaiksei and his ilk darin. May they receive this punishment for their arrogance. Sie überzeugen zu sprechen. I know that you see us as your enemies, but we are not here to harm you. I only seek to find the man I consider to be my brother, as well as the man who was protecting him. Katasach. One of your greatest Donegad. No Donea Egzregal would attack Katasach. If you didn't attack him, you must know what happened to them. I was told that an islander took my cousin away. Perhaps your men were there to aid them. We do not have your cousin, and we do not know what happened to him. As for Katasach... ...and Avorsht, Tirei. He died from his wounds. That night, we heard the sounds of a terrible combat. The ground shook all the way to our homes. We went to sea, but we arrived too late. The last breath of Katasach had returned to the wind when we arrived there. And many of the Reneigse were dead. We could do no more. We carried the body of the Donegad, and brought it here. He gave his life to protect Constantine. May he rest in peace. This request might surprise you, but we would like to see him. Why? What do you want to do with him, Reneigse? Examine him. To understand what killed him. We were told that an island native was there. And that he likely led the attack. No Donneia Exregal would attack Katasach. You have been lied to, or they were mistaken. That is the very reason I need to see his body. To understand. You may see him. But if you desecrate his body, you will pay for this offense with your life. My God, that's it's good. My dear friends, I must now finish up. Bye, bye. Bye, bye. Bye.